Guten Morgen, wer beginnt bei mir um 5.30 Uhr? Ich bin quasi die Erste, die aufsteht im Urlaub um 5.30 Uhr. Dann gehe ich ins Badezimmer und mache mich fertig. Ich wasche ganz normal mein Gesicht mit dem Alverde Reinigungsgel und dann gehe ich bzw. ich putze mir danach die Zähne und dann gehe ich mit dem Gesichtswasser über mein Gesicht und trage dann nachher die äußere Gesichtspflege auf. Die Hintergrundgeräusche bei diesem VoiceOver kommen übrigens vom Meeresrauschen. Die Hintergrundgeräusche bei der Zähne und der Zähne und der Zähne. Die Hintergrundgeräusche bei der Zähne und der Zähne und der Zähne und der Zähne. Die Hintergrundgeräusche bei der Zähne und der Zähne und der Zähne und der Zähne. Die Hintergrundgeräusche bei der Zähne und der Zähne und der Zähne und der Zähne und der Zähne. Die Hintergrundgeräusche bei der Zähne und 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 der Zähne Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018